Hallo Leute und willkommen zurück auf dem Kanal. Wir zocken heute Triple Claim auf 2 Euro. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Vergesst auf jeden Fall nicht... Oh, das fängt schon mal richtig gut an. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Erst recht jetzt schon bei dem Gewinn, denke ich mal. Es ist dringend nötig. Und ansonsten vergesst bitte auch nicht den Kanal zu abonnieren. Das hilft mir sehr viel weiter. Deswegen vielen vielen Dank für die ganze Unterstützung. Und nach dem 70 Euro Gewinn würde ich sagen, kann es mal so weitergehen, oder? Was 4 Euro sind natürlich nicht die Welt, aber immerhin ein bisschen, oder? Was meint ihr? Ich hoffe, jetzt kommen noch mal ein paar mehr Gewinne. Oh, schade. Da war auf jeden Fall sehr viel mehr drin. Naja, immerhin 4 Euro. Hey, 10 Euro. Immerhin. Besser als 4, oder? Oh, na endlich mal ein Gewinn. Sehr, sehr gut. Wie viel haben wir denn? 48 Euro. Richtig gut. Endlich mal etwas. and ich gerade fi把 Winski Bronstein sein. 剛才 cringe. Triple Fade. Fade. Frade. V establish. Vっぱeg. 62 Euro, so kann es weitergehen würde ich sagen! Nicht schlecht, echt! 62 Euro, richtig gut! Weiter geht's mit Kangaroo Island, ich bin mal gespannt. Das habe ich noch nicht so häufig bisher gespielt, aber Abwechslung ist doch immer gut und ich würde mal sagen, das ist ein richtig guter Gewinn, oder? Was meint ihr? Nicht schlecht! Florida Onze Wisconsin Bayer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also so langsam könnte der nächste Gewinn doch mal kommen, oder? Ich bin ein bisschen verwöhnt, das weiß ich, aber trotzdem. Los jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Bye.